Servus, Cappadokien mit Sonnenaufgang. Da kommt sie, knallrot. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video auch so aussieht, wie es hier in Natur aussieht, aber das ist wunderschön. Wir fliegen die ganzen Ballons zum Sonnenaufgang. Manche sind noch nicht aufgestiegen, andere fliegen schon seit einer halben Stunde. Die steigen jetzt eigentlich alle auf und dann fliegen sie, soweit ich weiß, eine bestimmte Route ab. Und da hinten geht die Sonne auf. Wunderschön.